Herzlich Willkommen, ich bin der Sparplaner und in dem heutigen Video geht es um eine etwas unbekanntere Firma und zwar Helios Tower und wie der Name schon ein bisschen verrät, sind diese im Bereich der Funktürme tätig, bekanntere Unternehmen sind da zum Beispiel American Tower oder auch Crown Castle. Ja, wir gehabt einmal kurz einen Blick zur Aktie und zur Größe des Unternehmens, der Kurs liegt derzeit bei 2,20 Euro und die Marktkapitalisierung beträgt 2,2 Milliarden. Der Umsatz belief sich auf 275 Millionen Euro und der Gewinn je Aktie liegt aktuell noch im Minus bei minus 4 Cent. Allerdings muss man hier auch wieder berücksichtigen, Gewinn ist nicht so super ausschlaggebend, weil es ja mehr oder minder ein Immobilienunternehmen ist, was klar spezialisiert ist auf dem Bereich der Funktürme. Nichtsdestotrotz spielt hier beim Gewinn natürlich mit rein, dass das Unternehmen Abschreibungen vornimmt und das Ganze ein bisschen ins Negative verfälscht, weil die Funktürme nicht wirklich weniger wert werden. Ja, und eine Dividende zahlt das Unternehmen aktuell noch nicht, dementsprechend gibt es auch keine Dividendenrendite, wird aber voraussichtlich zumindest, wenn das Unternehmen weiter gut wirtschaftet, in den nächsten Jahren dann auch kommen, also 2024 oder 2025 gegebenenfalls. Ja, dann erstmal ein Blick darauf, wo das Unternehmen überhaupt tätig ist. Und man sieht es hier schon, Schwerpunkt ist eindeutig Afrika, ein bisschen was auch im Mittleren Osten demnächst. Ja, aber erstmal die aktuellen Kernmärkte, das sind der Senegal, Ghana, Kongo, Brazzaville, die Demokratische Republik Kongo, Tansania und Südafrika, wo man in der Zeit Funktürme besitzt. Und es soll aber zeitnah, wie man hier schon sieht, auch einiges dazukommen, nämlich der Oman, Tschad, Gabon, Malawi und Madagaskar. Ja, man hatte im ersten Halbjahr 2021, war man in sechs Märkten vertreten. Die anderen, die hier grün gekennzeichnet sind, da gibt es mehr oder minder schon Vereinbarungen, dass das jetzt zeitnah kommen wird. Man wird also auf elf Länder dann das Ganze ausweiten können. Kommt von 8.600 Funktürmen auf 13.720 nur durch die Zukäufe. Hinzu baut man auch selber noch Funktürme, wodurch man dann bei 14.700 landet. Der Umsatz soll logischerweise dementsprechend mitwachsen und alle anderen Kennzahlen logischerweise dann natürlich auch. Besonders schön ist auch, dass die Laufzeit der Verträge von sieben auf neun Jahren steigen soll. Auch das ist natürlich eine tolle Sache. Und man sieht, hier ist in nächster Zeit ganz schön was an Wachstum drin in diesen Unternehmen. Aber Afrika gibt natürlich auch immer ein gewisses Risiko. Seien es jetzt Währungsrisiken, die dazukommen, oder einfach die politische Lage vor Ort, die ist ja doch immer ein bisschen instabiler als zum Beispiel in Europa oder den USA. Das muss man natürlich auf jeden Fall berücksichtigen. Ja, dann nochmal einen genaueren Blick auf die Zukaufspipeline, die Helios Tower hat. Der Senegal hier abgebildet im zweiten Quartal 2021. 2021, das hat man jetzt schon ins Portfolio integrieren können. Und man sieht hier aber auch mit den Sternchen gekennzeichnet, da soll in nächster Zeit einiges kommen. Der Oman im dritten Quartal 2021 oder vierten Quartal 2021 soll abgeschlossen werden. Madagaskar und Malawi sollen auch noch dieses Jahr mit integriert werden. Und im ersten Quartal 2022 sollen dann der Schad und Gabon hinzukommen. Also diese Ankündigungen, die da sind von diesen Zukäufen, das soll jetzt auch alles sehr zeitnah passieren. Ja, dann nochmal eine Übersicht über die aktuellen Funktürme, die man besitzt und die aktuellen Mietverhältnisse, die da bestehen. Und zwar hat man momentan 8.603 Funktürme und 17.090 Mietverhältnisse, was ziemlich genau zwei Stück pro Funkturm sind. Also zwei Antennen, die da jeweils angebracht sind von unterschiedlichen Kommunikationsunternehmen. Man sieht hier auf der rechten Seite, das war vorher ein bisschen besser. Da war es auch schon mal 2,1 oder 2,14 Mietverhältnisse pro Turm. Das ist jetzt durch den Zukauf der Türme im Senegal ein bisschen runtergegangen, weil man die halt von einem Mobilfunkbetreiber gekauft hat, der dann natürlich hauptsächlich seine eigenen Antennen drin hat. Und ja, weitere muss man jetzt erstmal akquirieren. Das dauert immer ein bisschen. Nichtsdestotrotz sieht man, wenn man nochmal aufs organische Wachstum geht, Das ist mir im letzten Jahr 4% gewesen, was die Funktürme angeht, also welche, die man selber gebaut hat und durch den Zukauf sogar 21%. Und wenn man bei dem Mietverhältnis bei den Kunden ist das organische Wachstum 6%, was größer ist als das der neu gebauten Funktürme, was sehr wichtig ist, weil das dann auch deutlich profitabler betrieben werden kann. Umso mehr Mietverhältnisse pro Turm, umso besser natürlich und durch den Zukauf ist das Ganze um 15% gestiegen. Ja, ich gehe davon aus, dass diese Quote hier, diese 1,99% in der näheren Zukunft auch noch ein bisschen weiter absinken wird, dadurch, dass man halt jetzt eine relativ starke Zukaufspipeline hat und da werden die meisten Türme mit nur einem aktuellen Mieter hinzugekauft, nämlich von dem Telekommunikationsunternehmen, was die Türme verkauft, aber das birgt natürlich die Möglichkeiten, hier zukünftig dann weitere Mietverhältnisse abschließen zu können, bei mehr Funktürmen und dann auch wieder die Marge steigern zu können. Ja, um die Folge einfach einmal abzubilden, was passiert, wenn man weniger Mieter hat pro Turm. Ja, logisch, der Cashflow pro Turm sinkt, aber man hat gesehen, bevor jetzt dieser Zukauf getätigt wurde, hat das Unternehmen es sehr gut hinbekommen, den Cashflow je Funkturm immer weiter zu steigern, durch halt zusätzliche Mietverhältnisse hauptsächlich und gut, jetzt den Rücksetzer, da wird auch noch ein bisschen mehr, wie gesagt, passieren, aber das zeigt, denke ich, ziemlich deutlich, was möglich ist und wie es dann in der Zukunft, wenn alle Türme integriert sind, dann auch wieder aussehen wird. Ja, dann wird auch schon mal ein kleiner Ausblick bereitgestellt, was es bedeutet, wenn die Transaktionen, die dieses Jahr geplant sind, auch noch so weit erfolgen und zwar ist es einmal die Airtel-Transaktion, dahinter stecken die Länder Madagaskar und Malawi, was 2.227 Funktürme sind und das andere ist der Oman, wo man bei Omatel kauft, das sind 2.890 Funktürme und man sieht es hier schon ziemlich deutlich, der Sprung, der gemacht wird bei den Anlagen, die man hat, beträgt 71%, dazu gezählt sind dann noch die 1.000 Türme, die man selber baut, aber auch beim, ja, aufs Jahr hochgerechneten Umsatz besteht ein starkes Wachstum von 32%, beziehungsweise beim EBITDA sind es 28%, das sind ordentliche Kennzahlen und die kann man dann natürlich, wie schon erwähnt, in den nächsten Jahren dann durch zusätzliche Mietverhältnisse weiter ausbauen. Ja, dann nochmal ein Blick darauf, wo werden die Umsätze überhaupt generiert und aktuell ist halt der Schwerpunkt eindeutig Tansania und die Demokratische Republik Kongo mit jeweils 40%, den Rest kann man da tatsächlich ein bisschen vernachlässigen, was auch dieses politische Risiko und das Währungsrisiko ein bisschen widerspiegelt, gerade wenn man hier in zwei Ländern so stark konzentriert ist, das Ganze wird natürlich jetzt in der Zukunft durch diese weiteren Zukäufe verwässert, die Konzentration wird dann nicht mehr ganz so stark sein, was natürlich schön ist und bei der Währung muss man auch schauen, Großteil der Verträge ist abgeschlossen, dass die Zahlungen in US-Dollar erfolgen und nicht in den lokalen Währungen, nicht desto trotzdem die Unternehmen, die da tätig sind, nehmen das Geld wiederum in lokalen Währungen ein und haben dann dadurch gegebenenfalls Probleme, allerdings handelt es sich bei den Unternehmen auch um relativ große Telekommunikationsanbieter, wie gesagt, Airtel ist dabei, Vodafone, die man hier auf jeden Fall kennt, ist dabei, Orange ist dabei, die man auch hier kennt und danach einige andere und in der Regel sind es halt Unternehmen 99% des Umsatzes, die sind so groß, die sind in mehreren Ländern und Regionen immer tätig. Ja, dann nochmal ein Blick auf die Verschuldung, das ist natürlich auch immer interessant, Tower-Unternehmen sind in der Regel relativ hoch tatsächlich verschuldet und das ist hier nicht anders, man ist momentan mit den 3,2-fachen des EBITDA verschuldet. Zielbereich ist allerdings tatsächlich das 3,5 bis 4,5-fache, womit man sich in Anführungsstrichen auch noch zufrieden gibt, um halt auch weiter Wachstum generieren zu können und das ist auf jeden Fall aktuell noch möglich, weil bis man in dieser Spanne ankommt bzw. im oberen Bereich der Spanne ist dann noch ein bisschen Spielraum, hat natürlich auch immer den Nachteil, umso höher die Verschuldung, umso höher wird dann auch das Risiko, dementsprechend muss es von meiner Warte aus keine 4,5% sein, das 4,5-fache sein, das EBITDA, das kann auch gerne bei dem Vierfachen aufhören und dass man dann hoffentlich mit dem Cashflow, den man dann generiert in der Lage ist, auch entsprechend weiterhin Zukäufe tätigen zu können. Ansonsten, was noch wichtig ist zu erwähnen bei der Finanzierungsseite ist, dass das Unternehmen auch noch eine Wandelanleihe oder mehrere Wandelanleihen im Umlauf hat, aktuell im Wert von 247 Millionen und das wird natürlich zukünftig die Aktien noch weiter verwässern, darauf sollte man auf jeden Fall ein Auge haben, aktuell knapp eine Milliarde im Umlauf und das wird dann sicherlich nochmal deutlich ansteigen. Ja und dann zum Ende nochmal einen Blick auf ein paar Zahlen, man sieht hier im Grunde einmal die Umsätze und was nachher am Ende an Geld übrig blieb, 51,1 Millionen US-Dollar sind es hier an der Stelle, hat man Verlust geschrieben und wenn man jetzt allerdings nochmal die Cost of Sales sich anguckt, quasi die Kosten, die anfallen, um das Geschäft zu betreiben, die sind hier mit 138 Millionen aufgeführt und wenn man jetzt in den unteren Bereich einmal reinguckt, ist netterweise schön aufgegliedert, wofür diese Kosten entstanden sind und zwar wirklich im operativen Geschäft haben wir einmal Energie und Nicht-Energie aufgeschlüsselt, was ungefähr die Hälfte ausmacht und die andere Hälfte sind dann mit 68 Millionen die Abschreibung und daher eigentlich einzurechnen 70,4 Millionen und dann würde man sogar schon im Plus stehen, also diese 4 Cent Verlust muss man immer mit einem gewissen Augenmerk zur Kenntnis nehmen, weil wie gesagt, hier ist es in einem mobilen Unternehmen und die Abschreibungen hauen hier immer rein, verzehren den Gewinn immer ein bisschen nach unten, weil der Wert wird 72 Millionen gemindert in der Bilanz, allerdings werden die Türme deswegen ja nicht diese 17 Millionen weniger wert, die behalten ihren Wert eigentlich relativ stabil, wenn sie nicht sogar im Wert steigen. Ja, ansonsten war es das auch schon von meiner Seite, ich finde wir haben hier ein relativ spannendes Unternehmen, was im Wachstum ist, klar durch den Markt Afrika gibt es da gewisse Risiken, sowohl in der Währung als auch vor allem in der Politik, je nachdem wie stabil das Ganze da ausschaut, allerdings hat man hier mit einem Tower-Unternehmen, wir haben es in der Vergangenheit schon häufiger gesehen bei Unternehmen wie American Tower oder auch Crown Castle, die schon länger am Markt sind, dass hier auch ordentlich Chancen bestehen. Jeder, der bei einer American Tower schon länger dabei ist, der hat jetzt mittlerweile sicherlich ordentlich Spaß, deswegen auch hier gleich schon mal als Hinweis, ich habe mir hier auch eine kleine Charge gegönnt und die in meinem Portfolio mit aufgenommen, also ich sehe hier vielleicht auch ein bisschen viel durch die rosa-rote Brille, aber die Chance hier in ein noch recht junges Tower-Unternehmen zu investieren, die möchte ich doch nutzen. Ja, das war es soweit von meiner Seite, ich hoffe, ihr konntet einige interessante Informationen mitnehmen, dann lasst gerne ein Like für das Video da oder auch ein Abo für den Kanal und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Zum Abschluss einmal der Hinweis, meine Videos stellen keine Kaufempfehlungen dar und sind auch keine Anlageberatung und natürlich können meine Videos auch Fehler enthalten. Macht euch daher unbedingt weiter selber schlau, ihr seid für eure Entscheidungen selber verantwortlich. Danke.